herzlich willkommen liebe zuschauer ich freue mich euch die spannenden einblicke für die jungfrauen im kommenden monat zu präsentieren das jahr beginnt vielversprechend und die sterne haben einige aufregenden entwicklungen in den bereichen liebe karriere und gesundheit für euch vorbereitet lasst uns gemeinsam einen blick auf die kosmischen einflüsse werfen die euer leben im januar beeinflussen werden die wesentlichen punkte sind ihnen jetzt bekannt liebe jungfrau der jahresanfang verspricht eine positive wendung in ihrer liebesbeziehung da uranus für abwechslung sorgt überraschen sie ihren partner mit originellen ideen und kleinere meinungsverschiedenheiten lösen sich überraschend leicht auf die verbindung zu einem stier erscheint geradezu göttlich und mit einem witter oder wassermann könnten ab der zweiten monatshälfte einige klärende gespräche anstehen saturn schenkt ihnen klarheit darüber welche beruflichen aufgaben prioritär sind und welche vernachlässigt werden können ihre kreativen ideen und energie ermöglichen es bedeutende veränderungen herbeizuführen nutzen sie diese vielversprechende phase um sich über erfolge zu freuen ein merkur tipp vermeiden sie gegen monatsende finanzielle risiken und lesen sie bei verträgen sorgfältig das kleingedruckte der start ins neue jahr ist von einem kritischen mars geprägt wodurch ärger leicht auf den magen schlagen kann bei verdauungsbeschwerden empfehlen sich die kräuter bermut oder kümmel mars rät dazu gerade in stressigen zeiten regelmäßig pausen einzulegen unter dem einfluss von saturn könnten wetterveränderung diesen monat mehr einfluss auf ihr wohlbefinden haben als üblich beachten sie deshalb gehen sie einfach bei jedem wetter nach draußen das ist das horoskop für die jungfrauen im januar ein aufregender monat steht bevor voller chancen in der liebe der karriere und der gesundheit nutzt die positiven einflüsse der sterne überrascht eure liebsten und bleibt fokussiert auf eure beruflichen ziele vergesst dabei nicht auf eure gesundheit zu achten insbesondere in stressigen zeiten ich hoffe diese astrologischen einblicke haben euch inspiriert und helfen euch das beste aus diesem monat herauszuholen wenn euch das video gefallen hat vergesst nicht es zu leiten zu teilen und unseren kanal zu abonnieren bis zum nächsten mal und möge das universum in eurem sinne sein